Hallo liebe Fußballfreunde, Thema TSV Steinbach, Regionalliga Sudwest, 2022, 2023, dritter Spieltag, Werniger SC gegen TSV Steinbach, Ergebnis 0 zu 5. Start 11, Werniger SC, gut, klein, Toast, Drucker, Herrgner, Welte, Pipik, Hermann, Elan, Recher, Bekasi, Start 11 von TSV Steinbach, Scholz, Griecher, Langgrasberg, Köberg, Stuttik, Eisenmann, Apatou, Weife, Fahrt, Paul Stock, Das war's von Werniger SC gegen TSV Steinbach, 23 Uhr 52